Okay, ein Laptop müssen wir mal mitnehmen. Namensschild. Ach, Skalpen. Skalpen. Mhm. I don't know, played cool, talk about the gig last week, get to know her tastes? Oh my god, you did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. Mhm. Duh, why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean, I'm done, look. I made zombie blood. It's, um, corn syrup and food coloring. Dude, da, ich mal scheiße aus. Get out of my room, Daniel. I was just, come on, man. Just bugging the shit out of me again, after I told you to knock? Yeah, I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But I want to see if you don't know what to do. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night? Don't jinx me. James, I'm your lucky charm, bitch. Okay. So, when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't know what to do. I'm already in trouble from last time. I'm already in trouble from last time. Oh, you should check it up. Oh, the other thing. How sad. I'm also in trouble. That's the end. They'll be brutal hot. That's the end. That's the end. That might mean my masterpiece. Oh, yeah. It's my portrait. Lava lampen sind echt hübsch. Ein Fidget Spinner, was sonst? Was sonst? War das 2016? Entschwören, das war später. So, can't wait to get out tonight. This week was hell. And I have to watch the store in the picture. You're still allowed to get wrecked at the party. Beschwerden kann man sich da eher weniger. Yeah, dude. That won't press, Jen. Leave me alone. Oh, 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 oh. Hold on, okay? Something's going on outside. Oh, what do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Hey! Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got a fake bloodshitter all over my shirt. Look, I told you, it was an accident. Better leave us alone. Oh, yeah. Go hide your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Oh, ha. Winner Option aus. Daniel Beschuldigen, Brett konfrontieren. Ich glaube, wir werden auch nicht unter dieses... ...stehen hinter unserem... ...beziehungsweise vor unserem Bruder. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh. You wanna go? Oh, yeah, motherfucker. Then go back to your own country. Whoa. Sean, you hit him. Mmh, so einer. Get inside now. Sean! You're dead, me, bitch. You and your whole fucking family are going to jail. Losers! What's going on? Daniel, get over here. Sean. Shit. Okay. Okay, step away. Now, calm down, officer. Shut up. It's a death attack. Und das ist Kunstblut. Hey, wait. This guy was beating my little brother. Now, hands behind your head. Ja, natürlich. Mexikaner sind jetzt wieder. Mexikaner sind die Bösen. Oh, no. Sean. What's happened? Sean. Kunstblutig. Sean. We didn't do anything. Sean. I swear. I'll be shot. Oh, I'm sorry, Dad. Daddy. Be quiet. They're good kids, officer. I'm sure they didn't do anything. I can't go away. I can't go away. I can't go away. It's gonna be alright. He blutet offensichtlich not. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the hell? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the hell? What the fuck? Nein! Nein! Kommt, der Bruder einfach rein, sieht, was er denkt von... Denkt, dass er irgendwas sieht, was nicht stimmt und... Alter Schwäger... Daniel! Hey! Komm schon! Ein paar Kinder, die sich miteinander streiten... Shoot first, turn later... Don't jump Unterstützer oder was? Was ein Dreckskerl... Ja, da gebe ich dem Polizist gerade die Schuld... Es ist halt... Mal ein bisschen gucken bevor er ist... Erstmal fragen, reden... Mal gucken, was du vor die Knarre ziehst und losbannerst... Meine Fresse... Mal gucken... 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 Nein, Mann. Wir können nicht hier aufhören. Wir müssen weitergehen. Kein Pouting, okay? Komm schon. Was? Was? Meine Füße wirklich schmerzen. Diese Füße schmerzen. Und wir haben vier Tage. Was? Nur zwei. Nicht sogar versuchen diese Füße. Und meine Füße schmerzen. Ja, meine Füße schmerzen. Ich war da, auch. Es war einfach. Ich liebe es, wenn du so bist. Das ist wie die Leute campen in den Bäumen. Es ist nicht wie in einem Haus oder in deinem Raum. Das ist eine reale Aventure. Right? Also, komm mal. Let's hit the trail. Seriously. Where is Dad? Daniel. Come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes. But I told you that... He can't. I told you. Okay? Okay. Okay. But I am so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. I know. Hey. At least we don't have to go to school on Monday. Right? Yeah. Look. Um. Everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked like maybe a hundred miles? Probably two hundred. Feels like it. Ooh. Awesome paws. But next time, Dad better get me a good pair of shoes. Like yours. Dude. A Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah. That works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Uh, like you don't whine too? I don't whine. I... I... Tag your ass and run! You're it! No way! Not fair! Whatever. Okay. I'm a zombie. And I'm gonna eat you. Blah! Life is Strange 2 Episode 1 Roads. Yes. Thank you for your time. I'm gonna walk you upstairs. Thanks for your name. I'm gonna walk you through in the morning! No way! You gotta walk you through the night. Say it again. Oh my God! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt können wir sehen, wo wir sind. Es ist ein Riefer näher. Ein Riefer? Wollen wir schwimmen? Nein. Duh. Es ist viel zu kalt. Du wirst blöd. Okay. Jetzt können wir hier ein bisschen campen. Geld wächst nicht auf Bäumen. Bitte unterstützen Sie Ihren Park. Selbst Bedienungsautomat. 3 Dollar pro Fahrzeug pro Tag. Auf eine Tageskarte. Erstens nehmen Sie einen Umschlag aus der Spendenbox. Platzieren Sie 3 Dollar für jeden Tag den Sie hier parken möchten im Umschlag. Werfen Sie den Umschlag mit der Gebühr in den Zahlkasten. Genießen Sie den Park. Hm. Es ist die Kiste mit den... Mit den Geldumschlägen drin. Oh, hier ist ein Stein. Wie praktisch. Und genau. So. 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 dem Kleinen nicht sein Unschuld klauen. Sie wird auch noch früh genug in der Wildnis auf der Flucht verlieren. Der wird auch irgendwann klauen und legale Sachen machen. Ein Müllpanda. Ein toter Müllpanda. Mount Rainer, Nationalpark, Toad Springtail. Verlaufen Sie sich nicht. Rufen Sie 555 Feinden hier an für den Errettungsdienst. Ah, ja. Eine Wegenmarkierung. Das war mir, wie ich sie schüttelte. Das war mir, wie ich sie schüttelte. Hey! Daniel! Check out diese Marken auf der Flucht. Was ist das? Grafitti? Nicht genau. Es ist eine Trailer-Blaze. Und die Leute haben sie auf den Weg gebracht. Wie GPS? Ja, sicher. Ja, sicher. Ein bisschen mehr älter. Wahnsinn! Lass uns folgen. Wollen wir jetzt in den TAR gucken? Oder? Okay, wohl nicht. Ah, doch. Ja, unser. Und sie großartig sind im Winter für die Reise. Für die Flucht. Eine leere Wasserflasche. Die ist immerhin, die können wir immerhin mit Wasser auffüllen. Und das dann abkochen. Und damit haben wir zumindest was zum Überleben. Na, weil da würde ich eindeutig was kaufen, wenn ich könnte. An der Partipläne kommt sie mir wie ein vergangenes Leben vor. Es ist schön, dass wir Kondom eingepackt haben. Eine Decke, das wird Gold wert sein. Die Decke, die Decke wird... Die werden wir noch gebrauchen. In case we need help. Die Telefonnummer. Die werden wir brauchen. Eine Dose Bier und Chips. Das ist einfach... Wir hatten die Wahl. Ob wir vielleicht noch irgendwie was anderes mitnehmen. Wir hätten die... Die Bierdose durch eine Limo ersetzen können oder so. Das ist... Und ich glaube, beim Essen gab es auch noch irgendwie eine Möglichkeit. Und zwar ein bisschen was anderes nehmen. Bitte kontaktiere mich, falls du irgendwas... Irgendwas... Okay... Brauchst... Schaum, du stehst da auf dem Plan. Wo bist du? Ich hoffe, du hast einen sehr guten Grund uns so hängen zu lassen. Ruf mich sofort an, wenn du deinen Job behalten willst. Schaum, du kannst uns nicht einfach während der Inventur hängen lassen. Es ist extrem unprofessionell. Schaum, dein Boss hier. Ich entschuldige mich für die vorigen Nachrichten. Gina hat mir nicht erzählt, was passiert ist. Es tut mir sehr leid, von deinem Fahrverlust zu hören. Wir denken an dich und hoffen, dass du dich bei der Polizei von Seattle meldest. Ich denke an, aufzuklären. Du und dein Bruder müsst hier sein, damit wir euch helfen können. Du kontaktiere mich und etwas brauchst. Hey, Sean. Wie du siehst, ist... Hier ist Jen. Ich hoffe, ich wollte nur sehen, ob du noch kommst. Noch nicht zu bedrungen, also komm her zum Feiern. Sean, ich habe gehört, bei dir zu Hause ist etwas passiert. Mit dir ruft. Naja, wir sind für dich da. Sean, ich wünschte dich. Ich könnte mit dir reden. Aber meine Eltern sagen, das kann ich aus rechtlichen Gründen nicht. Meine Mutter ist Rechtsanwältin. Sie sagt, wir dürfen nicht involviert sein. Und dass du mich nicht mehr kontaktieren darfst. Aus rechtlichen Gründen. Sie wollten auch nicht, dass ich dir texte. Aber nichts hält mich davon ab, dir zu sagen, wie leid mir das mit deinem Vater tut. Gut, ich wünschte, wirklich könnte dir helfen, deine Freundin Jen. Oha. Letzte Nachricht vom Vater. Bist du bald zu Hause? Oha. Bist du noch da? Leila, das ist doch unsere. Bist du schon bereit für die Party? Anfutter. Oder neben deinen heißen Papa. Wozu dafür bist du? Komm zurück. Ich habe dir mein Outfit noch nicht gezeigt. Glaubst du, du bist der Einzige, der wenn wen klar machen will. Hallo, bist du noch da? Lass mich nicht in den Arschloch ernsthaft. Nichts zur Party kommst. Mach ich dich kalt. Hast du das gehört? Stellarien nicht der 4. Juli heute. Scheiße, ich hasse es, wenn du mich wie ein Geist behandelst. Das machst du bestimmt nicht, wenn du Jen schreibst oder was. Ich bin weg. Ruf mich an, wenn du so weit bist. Polizeiwagen an deine Straße. Ruf mich bitte an. Papa sagt, deine Straße ist gesperrt. Siehst du was? Ich höre sie reden von Polizei und Krankenwagen. Schorn antworte mir. Sag mir, dass es dir gut geht. Ich bin krankvorsorge. Dein Haus ist in den Nachrichten. Scheiße, Mann. Scheiße, ruf mich an. Sie sagten, dein Vater wurde erschossen oder hat jemanden erschossen oder was. Ich weiß nicht. Es ist trott. Richtig. Richtig. Was auch immer passiert ist. Man spricht mit mir. Ruf mich an irgendwas. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Schorn, ich kann verflugt nochmal nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Mir geht es nicht gut leider. Papa wurde erschossen. Ich muss mit Danny aus der Stadt. Oh mein Gott. Was? Was? Schorn, wo bist du? Kann ich nicht sagen. Schorn, ich bin so froh. Äh. Schorn, ich bin so froh, dass dir gut geht. Tut es nicht. Da warst du tot. Er hat ihn erschossen. Was? Wir haben ihn erschossen. Ich kann nicht reden. Wir müssen weg. Nein, komm sofort her. Ich kann helfen. Du wirst in Sicherheit sein. Nein. Ich rufe an. Tut mir leid. Ruf mich jetzt an, damit wir reden können. Ich muss deine Stimme hören. Ich weiß, du hast nichts getan. Wir sagten, wir sagen es ihnen. John, bist du da? Ich kann nicht schlafen. Ich muss ständig an dich denken. Pass auf euch auf, ihr beiden. Ich liebe dich. Jungs, geht es euch gut? Wir haben für ein paar Stunden angehalten. Daniel schläft. Ist total fertig. Wo seid ihr jetzt? Verstecken. Und Papa kann euch abholen. Wir können darüber reden. Nein, leider. Es tut mir leid. Du kommst echt nicht zurück. Nein. Ich bin bei dir schon. Ich rufe mich bald an. Können wir sie vielleicht mal anrufen? Mal sie kontaktieren. Hallo, Herr Diaz. Herr Officer Tanaka. Von der Polizei Süd-Ziattel. Wir müssen umgehend mit ihnen. Im Vorfall mit ihrem Vater gestern reden. Die beste Art, mit der Situation umzugehen, ist uns zu kontaktieren. Bevor sie wette ist skandiert. Melden sie sich so weit wie möglich. Im Jahr unter dieser Nummer. Wahrscheinlich eher nicht so. Tagebuch, Karte. Andenken. The sun is going down. The sun is going down. The sun is going down. Time to leave us here. Sheila Co. Ich hatte eine Committee. Wieожалуйста. Ich kann mich nicht tro değil.